Jetzt klaut er mir auch noch einen Schatz, was soll die Scheiße? Ey, was soll das? Was soll das? Familie, weil ich jetzt vergessen habe, wo ich den Schatz her habe. Das ist jetzt jetzt der Peppa? Das soll ja wohl ein Witz sein. Wenn es sein muss, hole ich mir später den Schatz nochmal. Was? Was? Was war das jetzt? Doppelter Tod oder was? Ich fühle mich vielleicht verarscht. Ich meine, habt ihr das auch gesehen? Zweimal die Todesmusik? Witz! Was? Was? Witz! 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 Ich bin an derselben Stelle! Das ist doch nicht wahr! Nein! Das kann doch nur ein verdammter Traum sein! Ich versuche ja, mich hier zusammenzureißen, aber das ist unglaublich schwer! Das? Ja! Da ist doch nur ein verdammter Traum. Wie ist denn das? Zwei Leben noch. Ja, klar. Können wir doch gleich umbringen gehen hier. Wenn das jetzt schneller geht. Tatsache, das geht schneller. Tatsache, das geht schneller. Rennen, Wario, rennen. Nein. Ich glaub es nicht. Das soll ja wohl ein Witz sein. ein leben noch da bin ich na ja ich bin zumindest mal weiterkommen ist ja wenigstens etwas ein lichtblick das schaffe ich wieder nicht vergesst vergesst und tschüss mein hallo und was auch immer komm schon gib mir deinen starrie neun ich kann doch nicht mal da rüber jumpen und tschüss schon wieder ein game over und schon wieder ein schatz weniger ich will doch kein das ist doch nicht feierlich das ist doch nicht mehr schön zweimal game over am selben level ich guck mal ob ich noch irgendwo anders lang kann das war ja wohl hm ich will da nicht lang kann ich nicht irgendwo anders lang gibt es nicht irgendwo eine abkürzung oder sowas muss ich da lang so mache ich mich absichtlich klein bin irgendwie schneller fragt mich nicht wieso ich habe keine ahnung nur irgendwie bin ich dadurch schneller dass ich klein bin ich darf jetzt bloß keinen fehler machen ansonsten komme ich nämlich nicht gerade weit und durch oh gott das war ja jetzt mal hilfe war das was ist das hier oh oh hier gibt es einen schatz das muss man auch erstmal wissen na okay hier gab es einen schatz wahrscheinlich hätte ich irgendwo nebenher den schlüssel finden müssen aber unter zeitraum kann ich nicht arbeiten das geht nicht ich habe ja kommen 19 ja 19 münzen und keine schätze mehr also nee das ist ja mal furchtbar ich will reklamieren ok was will man da großartig reklamieren ich möchte mich beschweren unter zeitdruck kann ich einfach nicht spielen das ist scheiße ich habe immer diese selfscrolling levels gehasst die sind furchtbar die sind ahhhh wenn ich es nicht schon mal wooo scheiße ich hätte es fast geschafft oh mann wirklich nur fast aber eins ein gutes hat es also man kann mir bei einem game over wenigstens keine Dings mehr abnehmen so und hier war die untergehende insel und HEP das ist das ist das ist das ist das ist das ist ja wie immer halt wie immer halt neiin shit Naja, ich habe wenigstens ein Continue gesetzt. Was in dem Falle aber eigentlich Schnurzbibelwurst ist, weil ich meine, guckt euch doch an. Das hätte ich auch so hingekriegt. So, rücken wir uns raus. Allehöp, allehöp und nicht so. So, ja, fein. Hm, natürlich. Allehöp, 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 allehöp. Boah, das war jetzt knapp. Nein! Hui, schon durch. Das war jetzt aber ein kurzes Level. Sehr kurzes Level. Ach, was soll's. Probieren wir es einfach. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nur 36 Münzen. Hm, gehen wir mal da rein. Yay! Weil wir sonst immer so ein Glück damit hatten, abwechselnd zu machen, gehen wir mal nochmal ran. Und? Yay! Und weil ich wahnsinnig bin, gehe ich natürlich nochmal ran. Yay! Das ist doch schon viel besser. 288 Münzen. Na okay, mal zwei nehmen ist auch wirklich nicht schwer. Aber keine Schätze. Oh Gott, am Ende bei der Abrechnung wird es sowas von schwierig. Weil so viel fehlt, nur wegen diesen blöden Schätzen. Was soll's? Die Münzen, die wir haben, die haben wir sicher. Na komm, komische Ente. Komm, komische Ente. Ha, 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 ha. Uah. Hä? Was war das jetzt? Ja, natürlich. Du kriegst mich nicht. Vergiss es. Nicht mit Feldi. BAM! Oh, Speicherpunkt. Nehmen wir mal Posse-Salber mit. So. Wow. Hättest du wohl gerne. Bumm. Ui, wir haben ein Leben dazu bekommen. Das war jetzt aber echt dumm. Nein! Was soll das? Was zur? Ich glaube, es hackt. Zum wenigstens. Ja, Deutsch sollte man können. Das ist eine schöne Sprache. Wenn man es nicht kann, versteht man mich zumindest nicht. Wow. Ganz langsam, Freundchen. Ganz langsam. Ja. 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 Okay. den behalte ich jetzt erst mal den gebe ich jetzt so schnell nicht her nein ich habe gesagt den behalte ich jetzt erst mal was soll das soll wohl ein witz sein ist ja mal klasse bis eigentlich wie für mich der mini wario aussieht wie wie keine ahnung mr t vom a-team nein gehen wir da mal darüber immer die mal doch darüber was soll denn das jetzt soll ja wohl ein witz sein am ende gehen wir hier mit einer münze raus alter sache ja eine münze peanuts